Das ist die Bikehalle Uetiken am See. Im März gehen die Lichter aus. Das wollen wir verhindern nach drei supercoolen Monaten hier in der Bikehalle mit vielen begeisterten Besucherinnen und Besuchern. Am Mitte März gehen Pumptracks auf Sommer-Tournee zu den Schulen. Dadurch wird die Halle zur Hälfte geleert sein. Und diese Fläche wollen wir wieder attraktiv nutzen. Das grosse Interesse der regionalen Bevölkerung motiviert uns, die Halle in einen ganzjahres Betrieb zu überführen. Es sind vor allem Familien mit Kindern zwischen 4 und 14 Jahren. Sie kommen mit Bike und Scooters, fahren über Wallen, durch Steilwandkurven und machen die ersten Sprünge. Wir möchten das Geld folgendermassen nutzen. Wir bauen einen Floatpark, das ist eine Pumptrack-Landschaft. Dann werden wir die Sprünge der bestehenden Tableline erweitern und wir machen mehr Skills für Scooter und Skater. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese lachenden und strahlenden Gesächer hier in der Halle weiterhin sehen könnten. Ich bin überzeugt, dass die Sicherheit, die die Jugendlichen und die Kinder hier erreichen, Ihnen im Alltag sehr viel bringt. Unterstütze auch du uns, damit am Zürichsee eine leere Halle sinnvoll eingerichtet und genutzt werden kann. Bis zum nächsten Mal.